Hallo und herzlich willkommen beim zweiten Übungsvideo zum Thema Vektoren. In diesem Video überprüfen wir, ob drei gegebene Vektoren linearabhängig oder linearunabhängig sind. Los geht's! Wir betrachten wieder die drei Vektoren a, b und c aus dem ersten Übungsvideo zum Thema Vektoren. Vektor a ist gleich minus 3, 2, 5, Vektor b ist gleich 1, minus 5, 2 und Vektor c ist gleich 11, minus 2 und 1. Uns interessiert, ob die drei Vektoren a, b und c linearunabhängig sind. Dazu müssen wir folgende Gleichung lösen. Lambda 1 mal a plus Lambda 2 mal b plus Lambda 3 mal c ist gleich 0. Wir meinen hier den Nullvektor 0, 0, 0. Sollten wir als Ergebnis Lambda 1 gleich Lambda 2 gleich Lambda 3 gleich 0 erhalten, sind a, b und c linearunabhängig. In allen anderen Fällen sind sie linearabhängig. Linearabhängig würde bedeuten, wir könnten einen der drei Vektoren jeweils mit Hilfe der beiden anderen erstellen, wenn wir diese zwei nur geeignet kombinieren. Sind unsere Vektoren aber linearunabhängig, klappt das nicht. Schreiben wir unsere Gleichung auf. Lambda 1 mal Vektor minus 3, 2, 2, 5 plus Lambda 2 mal Vektor 1, minus 5, 2 plus Lambda 3 mal Vektor 11, minus 2, 1 ist gleich Vektor 0, 0, 0. Wir haben eine Gleichung mit den drei unbekannten Lambda 1, Lambda 2 und Lambda 3. Um diese eindeutig bestimmen zu können, brauchen wir mindestens drei Gleichungen. Diese erhalten wir, indem wir unsere Gleichung zeilenweise aufschreiben. Erste Zeile ist gleich erste Gleichung. Minus 3 Lambda 1 plus Lambda 2 plus 11 Lambda 3 ist gleich 0. Zweite Zeile, zweite Gleichung. 2 Lambda 1 minus 5 Lambda 2 minus 2 Lambda 3 ist gleich 0. Bleibt noch die dritte Zeile für die dritte Gleichung. 5 Lambda 1 plus 2 Lambda 2 plus Lambda 3 ist gleich 0. So sieht unser Gleichungssystem mit drei Gleichungen und drei Unbekannten also aus. Machen wir uns an die Lösung. Zur Lösung eines solchen Gleichungssystems gibt es mehrere Möglichkeiten. Wir können Gleichungen addieren, um Unbekannte zu eliminieren, Unbekannte aus einer Gleichung ausdrücken und in eine andere einsetzen oder dieselbe Unbekannte aus zwei Gleichungen ausrechnen und diese Gleichungen dann gleichsetzen. Wir werden die erste Methode verwenden und durch geschickte Addition der Gleichungen unser Gleichungssystem lösen. Solche und noch größere Gleichungssysteme werden in der Mathematik mit Matrizen aufgeschrieben, siehe Lektion Matrizen in diesem Kurs. Das Lösen funktioniert mit einer Matrix aber im Wesentlichen genauso, wie wir das gleich machen werden. Unser Ziel ist es, Unbekannte aus unseren Gleichungen zu eliminieren, um am Ende eine Gleichung mit nur mehr einer Unbekannten zu erhalten. Diese Unbekannte können wir dann bestimmen und, quasi auf dem Rückweg, in unsere Gleichungen einsetzen, um die restlichen Variablen ausrechnen zu können. Starten wir mit Lambda 1. In der ersten Gleichung sehen wir minus 3 Lambda 1, in der zweiten 2 Lambda 1 und in der dritten Gleichung 5 Lambda 1. Zur Erinnerung, Gleichungen dürfen mit einem beliebigen Faktor ungleich 0 multipliziert bzw. durch eine beliebige Zahl ungleich 0 dividiert werden, um wieder eine äquivalente Gleichung zu erhalten. Wir wollen unsere Gleichungen so umformen, dass durch die Addition mit der ersten Gleichung Lambda 1 aus Gleichung 2 und Gleichung 3 wegfällt. Wir suchen dazu ein gemeinsames Vielfaches von 3, 2 und 5. Hier bietet sich 30 an. Wir multiplizieren Gleichung 1 also mit 10, Gleichung 2 mit 15 und Gleichung 3 mit 6 und erhalten. Minus 30 Lambda 1 plus 10 Lambda 2 plus 110 Lambda 3 ist gleich 0. 30 Lambda 1 minus 75 Lambda 2 minus 30 Lambda 3 ist gleich 0. Und als dritte Gleichung 30 Lambda 1 plus 12 Lambda 2 plus 6 Lambda 3 ist gleich 0. Jetzt addieren wir die erste Gleichung zur zweiten Gleichung und erhalten für die zweite Gleichung. Minus 30 Lambda 1 plus 30 Lambda 1 ergibt 0. Somit fällt Lambda 1 wie gewollt weg. Es bleibt 10 Lambda 2 minus 75 Lambda 2 ergibt minus 65 Lambda 2. Und 110 Lambda 3 minus 30 Lambda 3 ergibt plus 80 Lambda 3 ist gleich 0. Auch zur dritten Gleichung addieren wir die erste Gleichung, wodurch wir die Gleichung 22 Lambda 2 plus 116 Lambda 3 ist gleich 0 erhalten. Somit haben wir ein Gleichungssystem erhalten, das nur mehr aus zwei Gleichungen mit zwei unbekannten Lambda 2 und Lambda 3 besteht. Anstatt unsere Gleichungen zu Beginn mit 10, 15 und 6 zu multiplizieren, hätten wir jede Gleichung auch durch den jeweiligen Koeffizienten von Lambda 1 dividieren können. Beispielsweise Gleichung 2 dividiert durch 2. Damit hätten wir statt 30 Lambda 1 jeweils nur 1 Lambda 1 erhalten. Der Rest wäre gleich abgelaufen. Versuche, das verbleibende Gleichungssystem für Lambda 2 und Lambda 3 zu lösen. Ich empfehle dir, mit der gleichen Methode wie vorhin zu arbeiten. Vergiss nicht, dass auch die Division einer Gleichung durch eine Zahl und gleich 0 eine Äquivalenzumformung ist. Sobald du eine Lösung für Lambda 2 oder Lambda 3 gefunden hast, machen wir wieder gemeinsam weiter. Da gemeinsame Vielfache oder andere Lösungsvarianten im verbleibenden Gleichungssystem nicht so leicht ersichtlich sind, habe ich als erstes Gleichung 2 durch 5 und Gleichung 3 durch 2 dividiert. Das ergibt für Gleichung 2 minus 13 Lambda 2 plus 16 Lambda 3 ist gleich 0. Für Gleichung 3 erhalten wir 11 Lambda 2 plus 58 Lambda 3 ist gleich 0. Ich möchte Lambda 2 loswerden und multipliziere daher Gleichung 2 mit 11 und Gleichung 3 mit 13. Das ergibt für die zweite Gleichung minus 143 Lambda 2 plus 176 Lambda 3 ist gleich 0 für die dritte Gleichung 3 ist gleich 0. Zweite Gleichung plus dritte Gleichung ergibt dann 930 Lambda 3 ist gleich 0, da Lambda 2 wegfällt. Wir dividieren durch 930 und sehen, Lambda 3 ist gleich 0. Wenn Lambda 3 gleich 0 ist, folgt Ausgleichung 2 oben sofort, dass auch Lambda 2 gleich 0 sein muss. Das wiederum heißt, dass auch Lambda 1 gleich 0 sein muss. Dies folgt Ausgleichung 1. Da Lambda 1 gleich Lambda 2 gleich Lambda 3 gleich 0 ist, folgen wir, die Vektoren a, b und c sind linear unabhängig. Wir sehen uns beim nächsten Video.